Guten Morgen aus Berlin. Nach dem dritten Starten des Rechners funktioniert jetzt auch wieder Fotobooth. Und ja, wir haben es 8.55 Uhr am Samstag. Ich bin um 7.55 Uhr aufgestanden, denn ab 9.30 Uhr habe ich einen Workshop, der bis voraussichtlich 18 Uhr heute laufen wird. Also der ganze Samstag ist mit Arbeit gefüllt. Bruno Gmünder macht einen Workshop. Am Mittwoch war schon einer für Mitarbeiter und da ich da nicht den ganzen Tag konnte, hat man gefragt, ob ich heute am Samstag mit dabei sein kann, wo die ganzen externen Leute am Workshop teilnehmen. Und das werde ich heute auch tun. Das heißt, ich mache mich gleich auf den Weg mit dem Rad zum Axel Hotel. Das ist im Endeffekt direkt bei der Arbeit und da geht es dann wie gesagt 9.30 Uhr los. Ihr seht, ich bin ziemlich müde, auch wenn ich gestern noch vor 12 ins Bett bin, aber auf den Samstag nicht mal ausschlafen ist echt... Deprething oder wie sagt man? Deprimierend. Naja, was soll's. Also heute ist Samstag, der 6. Februar, um 8.56 Uhr mittlerweile. Ich gucke mal, wie der Tag so wird. Ab 18 Uhr ist dann Freizeit angesagt. Mal gucken, wie die aussieht. Frank hat mir gerade per Facebook geschrieben, dass er heute in Berlin ist bis morgen, ob wir uns sehen wollen. Das ist immer so krass, dass die Leute das nicht weit vorher sagen, sondern... So, ich war jetzt los. Wie sieht's aus? Ja, gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie hinkriegen, einen Kaffee zu trinken oder so. Wäre schon ganz schön. Ja, und ansonsten stehe ich dort, glaube ich, nichts weiter an. Auch wieder früh ins Bett, weil ich morgen auch wieder um 8 aufstehen muss oder um 9. Mal gucken, was sich da so verhandeln lässt. Und 14 Uhr ist er dann morgen auch wieder spielen bei mir. Ja, der Besprechungsabend gestern, wir haben ja nicht gespielt, sondern nur über Rollenspiel gesprochen, war auch ganz gut. Und ich glaube, wann waren die Leute weg? Um 10. Also von 18 bis 22 Uhr haben wir da gesessen. Also 4 Stunden, das Essen war ganz gut und die Themen war auch ganz gut. Und ich würde jetzt viel, viel lieber wieder ins Bett gehen und noch 2-3 Stunden schlafen, aber das ist mir leider nicht vergönnt. Also werde ich mich jetzt mal gleich auf den Weg machen. Also bis morgen Vormittag. Habt einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und lasst es euch gut gehen. Vielen Dank.